Bau ab. Ja. Ich hab sogar mehr als... So, jetzt hab ich 64... Ähm, Holz. Unser Haus sieht von hier so kacke aus. Boah, das ist so ne geile Hühle. Weil oben noch keine Fenster drin sind. Boah, wie cool ich hier drin ist. Ich hab das Holz überall bei der unterste Reihe gemacht, dass du sofort siehst, Mr. Swift sogar. Ja, danke. Kein Problem. Aber erst benutze ich mein eigenes Holz. Ja, weil Tim Packman's wieder drückig ist von ihm wieder angefasst. Ja, klar. Nee, da... Hab... Du hast das Glas gebrannt, oder? Ja. Ja. Ah. Ist schon weg? Hahaha. Ach. Ach. Er hat einfach meine Sachen, ja. Er hat schon verarbeitet, und es ist gut. Nein, du Scheiße! Ach, Down ist Diamant! Ernsthaft? Ich wär fast in die Schlucht gefallen! Hoi! Ach du Scheiße! Friendly Schlucht, friendly! Äh, wo bist du Boris? In so ne Höhle! Ja, das bringt mir viel! Ja, es gibt mir nur eine! So, ihr kriegt vielleicht nen neuen Kumpan! Ei! Wurf! Kein Kumpan! Ähm, brauchen wir... Für Diamant brauchen wir noch Eise-Spezial. Ja, ich hab ein Eisens-Spezial. Ja, Peck kommst du mit mir? Ja, ich hab ein Ölter-Gänge wissen, wo du bist mein Lieber. Weil, ich konnte ich nicht vor allem einmal Wasser... Ich hab' mir aber noch Essen mit ein bisschen. Ja. Sonst hab' ich Angst. Ähm, ich tu das heute auch in die Uhr, das ist nur dann, äh, bis es ist. Ja, mach das. Bis es ist Gamer natürlich. Ne, bis es ist doch Gamer. Nein, nein, Gamer. Nein, 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 okay. Boah, Alter, von außen ist das... Das sieht das wohl gar kass. Ja, eigentlich schon. Wieso ne so... Keine Sorge, das wird noch. Wie so ne Fisch-Conserve, irgendwie so. Weißt du, zum oben auch... Mayonnaiseen, ne? Mayonnaiseen-Dosen im... Das Mayonnaise-Haus. Genau. Hat jemand einen Dosenöffner? Ja, ja, Abspielung und so. Äh, Boris, äh, Globler, wo bist du? Ich komm' mal hier, siehst mich? Ah, da, äh... Moment, 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 wir brauchen noch Sachen. Ja, nehm. Du kommst mal mit mir, oder? Er wird dich hier überall hin folgen. Ich bin der treue Begleiter. Das, ähm, Wut... Legt auch ganz unten. Ja, aber muss... ja, okay. Moment. Stirkstein, Eisen... Ich hasse die Texte von dem, von dem, von dem, von der Kiste. Ja, ich auch, komm. Kannst du... Könnt ihr mir noch ein Glas hochbringen? Ein Glas Block? Äh, ich glaub' wir haben nicht einmal ein Glas blockt, aber... Dann müssen wir kurz... Ach doch, wir haben auch ein Stück, okay. Ich bin hier. Ah, hier, bitteschön. Eine Heike reicht, aber danke. Achso. Komm. Dann ist Diamant und alles. Ach komm, ich komm ja. Aber ich wäre da fast reingefallen, Alter. Ähm... So. Jetzt wird's Zeit, die... Die, die, die Fenster auszuheben. Wie mach' ich das? Eins, zwei, drei, vier... Okay. Nein, na... Ähm... Eine Brechstange am besten. Könnt ihr mir nachher übrigens mal zeigen, wie die fertigen Weizendinger ausschauen, wenn sie fertig sind zum Ernten? Äh, ich hab' die eigentlich schon alle abgebaut, aber okay. Nein! Nein! Zwei Holzhälzer sind zu den, äh, den Tieren gefallen. Hier, hier. Und da unten liegt ein Ei, seh' ich. Pass auf, hier, die kommt sofort, die Schlucht, die kommt so... Überraschend. Ja. Okay. Okay, hier muss ich jetzt aufpassen, hier müssen ein paar Löcher sein. So. Das ist Diamant, siehst du sofort. Ey, ich hab' Wasser mit, warte. Hier, Wasser, Wasser, warte, warte. Wasser, Wasser, Wasser. Ah! Zwei Diamanten. Wow. Wow. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Ich sitz' doch bei Eisen und alles. Da ist der Emerald. Emerald! 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 Er, der Dorfbewohnerhandel. Smaragd! Er, Smaragd. Ja, Smaragd. Ja. Leg den Typen um. Beklaut ihn. Er, der Dorfbewohner. Hä? Hehehe. Das sieht voll scheiße aus. Ich hab' keine Folgen mitgenommen. Ich hab' zwei zwanzig. Es ist voll dunkel. Echt? Bei mir nicht? Doch hier. Ach so, ja. Okay, komm. Na, Mama. Das ist aber nix. Hat sich ja fast gelohnt. Ja, fast. Komm, wir springen einfach mal in die Lava. Ja, komm, gucken was passiert, gell. Mhm. Einfach YOLO-Style. Genau. YOLO-Style, immer geil. Siehste, 32 Glas hätten nirgendswohin gereicht. Hab' jetzt schon ein Stack verbraten. Ja. Die Schlaftimmer sehen geil aus. Muss ich mal sagen. Muss ich mich selbst loben. Tine Wittler kann einpacken. Ich bin die neue Tine Wittler. Aber okay. Ach immer, das siehst. Seid gegrüßt. Ich bin jetzt oben, und du? Nein, ich gehe hier weiter geradeaus. Immer den Außen nach. Ich kann jetzt gleich einmal rund ums Haus rennen und das ganze Glas einsammeln, was da runtergefallen ist. Wir haben noch Glas und Holz. Wenn du Glas abbaust, dann kommt das nicht wieder. Das geht ganz weg dann. Äh, ich meine, ein Holz kann ich einsammeln. So. Das ist eine Höhle, Boris Lang. Ja? Ja. Moment. Das ist auch Lava. Wollt ihr vor eure, äh, äh, Betttür, äh, ne Druckplatte? Nein. Du nicht. Du nicht. Du, du, äh... Ich auch nicht. Okay. Nein. Äh, dann mach ich einfach vor meine Tür ne Druckplatte. Also, das... Boa, Alter, wer ruft mich grad an? Das Zimmer mit der Druckplatte ist meins. Ihr dürft euch drum streiten, wer die anderen bekommt. Alter, die wollen unbedingt auf unserem Server, Alter. Wer? Meins von vorne, der Benni und der Nando. Ja, äh, gib, gib ihnen den Schwanzenmund, ja. So sieht's aus. Nein, die sagt denen, nein, sie sollen nicht. Ja, sag doch nicht. Also, gibst einfach die IP bitte nicht weiter. Nein, mach die doch nicht. Okay. Ich hab auch keinen Bock, dass sie. Und das war wirklich schon voll mit unseren Leuten. Ja, eben. Ich könnte, ich könnte zwar mit 60 Euro immer noch, äh, erhöhen, aber ich mein's, ich mach das für die. Die haben mich gekillt. Und uns die ganze Ecke troll dieser andere Typ da. Pagmö, was auf den Einen zu? Geh weg, geh weg, geh weg! Pagmö, geh weg hinter uns, ist das Gleitsch. Oh. Ich hab's auch spät gemerkt. Ich brauche Fackeln. Äh, Leute, es wird Nacht, wir können unsere Betten einweihen. Oder unsere, unsere Schlafzimmer. Ach, ihr seid in der Schlucht, ja, dann ist das dumm. Dann bin ich dran. Aber die Schlafzimmer sind fertig. Das sieht schön aus. Also, ich finde das schön. Boah, ich spame, man zieht dich jetzt die ganze Zeit voll, oder wie? Hä? Ich spame, man zieht dich jetzt die ganze Zeit voll, äh, bitte gib ein... Wieso? Deswegen. Sprechen. Jeder kriegt noch eine eigene Truhe für seine persönlichen Sachen. Boah, bist du nett. Ich weiß noch nicht, was das sein soll, aber... Jeder kriegt ein Geschenk in sein Zimmer. Ja. Oh ja. Oh, Alter, ich schreie erstmal nicht mit denen. Nein. Ne, ich sag Ihnen im Pac-Man sagt nein, ihr seid äh, pfff. Alles nichts. Pac-Man beschützt mich ganz kurz. Ja. Pac-Man sagt nein. Ihr habt es nicht verdient. Weil ihr uns die ganze Zeit getötet habt. Und als nächstes gibt es einen Lagerraum, das ist mein nächstes Projekt. Na, das kannst du unten machen, im Keller. Äh, äh, welchen Speicher hast du eigentlich noch? Der hat noch ein paar Terabyte, keine Angst. Oh, sorry. Vorhin hatte ich noch einen Terabyte. Sollte reichen. Und jetzt hast du? Äh, warte. Oh, ich bin zocker. Äh, jetzt habe ich 980 Gigabyte. Ja, reicht noch für 80 Folgen. Ja, das ist fertig. Ich hab, ich mach mal das den Garten, ne? Das ist so viel Eisen, Pac-Man. Ja, fließt da oben, oder? Ah, bei dir? Bei mir. Bei mir eben auch. Ja, wo bist du hin? So, dann vermäh ich mal unsere Kühe. Kühe, es gibt was zu fressen. Mach, Baby. Guck mal zu mir dann, wenn du bei dir fertig bist. Weil, ja. Bei mir ist nämlich auch, auch, auch vielleicht. Leute, es ist dunkel, ne? Auf 35er Stack, boah. Und nicht. Er hat mich ne Workbench mit. Nope. Scheiße, ich hab Stecker und alles, aber kein Workbench. Okay. Wo bist du, Alter? Ich hab die ganze Flissen. Das sieht übelst scheiße aus hier. Willst du, Boris Lein? Hier, ähm, gehst du wieder zum Wasserfall? Wo? Ah, hier, ähm, gehst du... Siehst mein Name? Nein. Du gehst weg, wieder zum Wasserfall musst du. Ach so, da. Warte? Oder war das rauf? Ja, ja. Zum Wasserfall. Komm her. Ja, für die, für die harte Bauarbeit hab ich mir ein Hühnchen verdient. Komm zurück. Ah, hier. So, und dann? Hier hoch. Kein Platz mehr. Warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ist... Warte kurz. Erfahrung, 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 Erfahrung. Erfahrung. Kommt ihr dann gleich wieder hoch? Äh, nein. Unsere Schlafzimmer sind fertig, die können wir einweihen. Ja, tut mir leid, aber es sind so viel Eisen und alles. Okay, dann fang ich schon mal an mit unserem Lagerraum. Ja, das ist ein Stop-Step-Ding, ja, ja. Lol. Oh, okay, tut mir leid. Meine Schwester hat... Ich glaub, er hat am Ende mehr in die Augen geguckt. Ach, das ist der, der sich hier die ganze Zeit rum portet. Ja. Tut mir leid, ich muss weg, er lehnen, lehnen, links, trinken und wie die heißt, weißt du, die Geige spielt ist im Fernseher. Ja, die ist im Fernseher. Ja, die ist im Fernseher. Echt? Ja, die spielt gerade mit dem Stop-Step-Zeugster. Ja, guck mal, hier ist noch mehr Eisen, hat er? Warte, es glaubt sie, glaubt sie, glaubt sie. Ja. Ja, Eisen. Nein, das Kohle. Ja, der hat Unter. Ach so. Hm. So. Das ist kein Holz. Nope. Scheiß, nein. Scheiß, nein. Ja, hier ist die Endstation. Ok, wollen wir wieder zurück nach außen? Friendly Lava, Friendly. Oh, 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 oh. Ich hab's weggemacht, Alter. Kein Friendly. Was? Ist das, wenn wir wissen, wir wissen ... Misser ... Misser, Zwisst controle, ist der noch da? Ja, ich bin noch da. Ich bin unseren, unseren, äh. Keller am ausheben, ich brauch, bräuchte NeFackel. Ok. Ja, wir haben elFackel, also ich. Ohho…. Oh, ich will fast reingefallen. Ohhh, mein Gun Pacman keinen Scheiß, Bauern. Sag mal, wenn ihr wieder im Haus seid, dann können wir uns die Schlafzimmer einrichtern. Sag mal. Pacman hier. Hier, hier kommt's hoch. Das ist Mann, ich ist mehr erragt. Alter, war's mehr erragt. LOL. Wer hat's abgehängt? Alles klar. Hallo? Hallo? Ist das Wisszocker? Ja. Ploppe. Warte, ich muss mal kurz gucken. Ich muss mal kurz gucken. Er ist weg. LOL. Achso, ich muss mit den anderen telefonieren. Scheiss auf die anderen. Ja. Wir sind nicht in der Aufnahme so... Pech gehabt. Ja, wir haben sogar noch Kohle hier. Ops. Lola, ist irgendwas schon passiert? Kanal, du hast einfach aufgehängt. Schämst du dich nicht? Hm. Alter, guck mal, dass wir uns zurückgeschrieben haben. Oh, Ross. Wir haben Pac mich nicht getötet, ich habe niemanden getötet, ich habe euch geholfen. Es kann nicht verabschieden, definitiv Chisholm G-Nen-Grind. Nein, wir sind schon genug. Ja, ich gehe auch nicht mehr als die Elke durch den Thomas Jetskelett. Ja, die Elke sagt, ich lass unsere Hühnerin rüber. Kürt aber nicht warum nicht nur zu beschreiten in der Kampagne und fällig er hat er kann auch mehr als weiß ich was machen Prozent es ist die Problem wenn ihr aus der Scherz seien ihr ein Gigabyte aber nicht funktioniert ich meine er wird noch aus da war ich in uns ich habe nicht mehr Zeit ich habe nicht mehr bekommen ich hab euer Loch im Weg gefunden ja auch mein Loch also euer Keller ja hab schon kapiert ich will eine Skelle zu haben ja wir sind quasi keine Hexigen Essen, ne? hehehe ja ich muss sagen, Hexit ist voll geil ja ist das Hexit? hehehe ich glaub ja lol ich glaub ich lauf grad voll in die falsche Richtung ich glaub auch egal du tötest mich und dann passt es hey warte kurz, ah guck mal ja ja ich bin mein ja schon richtig eigentlich ich bin sicher muss richtig sein, wo bist du? ich weiss nicht wo du bist, ah du bist da ja am irgendetwas töten ach da bist du ich lauf weiter zum Berg dort nein hier waren wir doch nie im Leben warte kurz, warte kurz, warte kurz warte hab ich diese verdammten Berge sehen eigentlich gleich aus es ist so schlimm ja zwei gleich und eine ähnlicher da, warte siehst du es? da war ich hier, komm hab's gefunden ja seid ihr zuhause? nein wir müssen uns zuhause erstmal mal suchen sag wie war der Koordinaten, ähm ist es in Stockholm ja wo seh ich das? F3 F3 und wo stehen die Koordinaten? x und y äh x und z äh x ist minus äh äh 87,938 ja das kommt unser Kommen muss ich nicht sagen ja okay wir sind sicher ich glaub und z ok ne, ist schon gut, ist schon gut, ist schon gut ist schon gut z ist äh 773 ok äh ne 273 boah ich dacht schon alter alter ja friendly äh alter wenn jetzt hier in dem Gang hier ein Creeper spawnen ist unser ganzes Haus am Arsch geil naja ah da hab ich gesehen ah äh bloble, was ich dir noch fragen wollte äh der Stefan, kennst du den oder äh das ist mein Cousin ah das ist dein Cousin ja kein Wunder, dass er auch Russisch spricht du, ich spreche Russisch? ja seine Eltern auf jeden Fall ja seine Eltern eben, ich dachte du sagst, er ist auch Russisch, aber kann ich auch Russisch, hm 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 also ich fahre erst mal gesehen das war zu weit hm ne das war zu weit hm du bist zu weit gekommen nein noch was geschrieben bei dir denken sich halt glaub ich so voll auf ja sag ich noch voll egal, weil die haben uns wirklich nicht für die die haben uns jetzt ja getötet ja richtig hab mir, hab mir irgendwo ne Müllkippe hi hi weil ich hab übelst viel Dirt aber kurz, wir können das Eisen braten Pegman ja stimmt, und die Diamanten in die Truhe weißt du was? ich schmeiß jetzt mein ganzes Dirt ins Wasser sonst nicht die Fische drum streiten da 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 wenn ihr noch Erde braucht, das liegt im See ah ok boah unsere Truhe schon voll warte ich mach mal gerade eine neue ja warte doch, ich bin hier mal unseren unseren vorratskeller am ausheben ok dann mach mal extra ja aber gib Gas warte mal mein 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 ein Eisen geben dann wenn wieviel Eisen warte im Ofen ähm wieso packt ihr ein Eisenerz in die Truhe hä guck doch mal hier im Ofen im Ofen hallo ja ist gut wenn ich mir aus drei Eisen drei Eisenschaufeln mache ja mach mach ja unser Eisen kannst du ja alles machen ja dann geht's schneller eigentlich nehmen wir schon übelst lange auf ne MP ist schon ein bisschen paar Stunden über zwei Stunden sind schon aber gerett äh vier sind ungefähr ne sechs sogar also äh APB ist über eine Stunde ne zwei Stunden APB und jetzt drei Stunden Minecraft nein APB ist eigentlich schon wir haben nicht um fünf Uhr angefangen auch nicht eine Stunde wir haben alle sechs angefangen warum wüchselt dich mal du äh sonst ergriffen ist es nicht so kommt weil ich mal nicht mehr ich hab für dich ich hab für dich ich hab für dich stanz im Weg ach so ach so ach ich will mal mein ähm mein Zeug angucken wie heißt das mein Schlafzimmer so ihr dürft mir gerne helfen das ganzen Scheiß hier weg zu hauen boah ich kann das ich kann das will aber nicht dann geh essen machen ich weiß nicht ich weiß nicht jeder bekommt sein Geschenk was Feierabend ja 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 keine Ahnung ich kümmere dich um den Garten geh geh rasen geh gras abhauen und äh damit du Samen bekommst ok damit du Samen in der Hosen bekommst das junge Mann aber was haben die jetzt geschrieben lol die haben mir eine IP geschrieben was ist das blockier die Kinder doch einfach ne das ist mein Kumpel sonst ja ne tolle Kumpels ja ich schlage dich in der Spiele zusammen wenn du die IP nicht ausprobieren ja voll ähm ich hau mal äh ne äh cobblestone in den Ofen weil ich da unten cleanstone reinhauen will ok haben wir noch ja wir haben wir ich sollst du reinhauen in den Boden ja du bist doch verrückt mich das wissen ja das bin ich ich bin verrückt und ich bin stolz ein stolzer verrückter hui ähm wir brauchen aber jetzt noch ein bisschen Eisen wir gehen hier aus dem Ofen ja mach ich ja ja weil das coole ist hier unten interessiert ist uns ein scheiß ob Tag oder Nacht ist wir buddeln einfach genau du hast es erfasst junger Mann junger Recke aber weißt du was den Kern müssen wir nicht mehr ausbuddeln weil da unser euer euer toller Keller war ja achso ja 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 erste Eisenspitz ne erste Eisenschaufel im Arsch ja ich bin auch gerade mit der zweiten dran Alter die gehen mir jetzt an dass sie auf den Publix-Turber gehen ja auch okay dann sag doch ja okay viel Spaß hab ich auch boah boah alter wie ach ich muss gar schließen okay geschehen 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 gebetet konntest du dich nicht gut naja überbewertet ja Newton ist überbewertet boah was spammt die mich weißt du was ich schreiß auf die Wände aber der Boden ist mir wichtig der Boden nein mach die Wände auch extrau ne ne alles was hier Dreck ist und nicht Cleanstone einfach wegfauen weißt du also wir erklären mich die versuchen uns ähm zu wer ist das überreden nicht überreden weißt du du repressen ne ne so ne andere IPCG weißt du um einzuschü- ne nicht einzuschüren sondern zu sagen oh ich spiele auf den anderen Zerber ach so was man sagt ja kommt auch auf meinen ja genau so die geben so ein anderes und sagen oh der ist viel viel cooler als eure und so und dann sagen ja komm auf unser Zerber es sind Leute die einem auf den Sack gehen ja genau das mit hab ich gesucht nein nicht perfekt ich glaub das trifft es ganz passend nur ein bisschen so jetzt brauch ich Cleanstone ja ich komm hier nicht mehr hoch ja ich komm hier nicht mehr hoch also hier hat's genug Müll drin solltest du schaffen hm aber kein Cleanstone nein du musst den weißt du wie Cleanstone geht ja ja gut du hast es dort schon am machen ok ich bin nicht kein ich bin kein voller Minecraft Noob ja ja hab ich auch nicht behauptet das wissen wir doch ich hab nicht mal eine Workbench in unserem Haus geschopft ja ja jetzt muss ich warten bis das ganze gebrafen ist ich ich nehm mal ein bisschen Dirt aus unserer Schachtel und pack das ins Meer ja kein ja weil wer braucht Erde naja ja keine Ahnung ich nicht arme Leute wir sind nicht arm ja wir haben schon ne Farm hm wir haben Essen ja wir sind nicht arm wir haben keine Schweine wir haben Hühner wir haben Dach überm Kopf wir haben sogar ein sehr schönes Dach überm Kopf für dich